... auf Englisch und Deutsch stattfinden wird, die für alle neu zugestehenden Gäste heute in Kiel eine Pflichtbeanstaltung ist. Bitte warten Sie, dass das einige mal nur so passiert war, hören und die darauf folgenden Durchsagen. Ich wiederhole, diese Lebensrettungsübung ist gemäß der internationalen Wettbewerb für alle neu zugestehenden Gäste verpflichtend und findet zu unserer aller Sicherheit statt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.